Sagen Sie gleich, Tatjana, 4. Platz, Sie sind eigentlich hergekommen, um zu gewinnen. War kein perfektes Wochenende für Sie, was ist passiert? Meine Idee war natürlich, hierher zu kommen und zu gewinnen und einfach gut in die Saison zu starten mit einem schönen Ergebnis. Ich habe selbst in den Hürden viele Fehler gemacht, auch im Hochsprung, das Wetter hat mir dann nicht geholfen und auch meine Fehler nicht. Heute war mein Tag, ich habe getan, was ich zum konnte, habe einen Weitsprung, noch große Reserven. Sperrwurf habe ich seit Olympia nicht trainiert wegen einer Verletzung, also ein Jahr lang habe ich jetzt Sperrwurf verpasst, beginne jetzt erst wieder mit dem Training. Zwei Monate habe ich noch vor der Weltmeisterschaft und ich weiß, dass ich dann dort in der Bestform antreten werde. Es war sehr kalt, was heißt das für eine Athletin? Für einen Sportler bedeutet das nichts Gravierendes, aber für mich war das schlecht. Ich komme von einer warmen Gegend, bei mir hat es jetzt gerade 25 Grad, daheim. Und hier war mir eigentlich immer kalt. Aber wir müssen unter verschiedenen Umständen einfach antreten und deshalb möchte ich einfach Bryony gratulieren. Ich hoffe, dass sie dann auch in den nächsten Wettkämpfen ihr Bestes geben kann. Freuen Sie sich schon auf Ihre Weltmeisterschaft daheim in Moskau, was erwarten Sie sich dann? Für mich geht es heuer nur um die Weltmeisterschaft in Moskau. Ich habe die Wintersaison ausgelassen, nur für die WM. Ich habe mich erholt, habe Kraft gesammelt. Jetzt beginne ich verschiedene Wettkämpfe zu bestreiten und Form aufzubauen. Ich habe die Wettkämpfe zu bestreiten.